In Russland, hier bringen nicht der Weihnachtsmann oder das Christen die Geschenke, sondern Väterchen Frost. Dein Wanderstab sieht aus wie ein großer Eiszepfen. Er wirkt von dem Mädchen in Australien. Wisst ihr, wo Australien ist? Das ist noch viel weiter weg. Hier muss man gleich helfen, bevor man sie auch nur angestimmt hat. Aus Kalien zu Weihnachten ist. Da sind keine Weihnachtsbäume, sondern, was ist das von Baum? Kennt das jemand? Eine Palme. Eine Palme. Wir fahren weiter bis zur riesigen Bärenhöhle. Wie groß ist denn ein Bär? So klein? Ganz groß. Ganz groß. So groß. Wie groß? Zeig mal nochmal. So groß. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir, dass ich mit meinen Kindern auf den Weihnachtsmarkt gehe, dass wir spazieren gehen und dass wir ein bisschen Spaß haben. Das war ein bisschen Spaß, aber ich habe nicht so viel Spaß. So groß. Von mir knetere ich. So groß. So groß. Schnee gestülpen. Schnee gestülpen. So groß. 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 Und dann lassen Sie jetzt ein bisschen mehr hinschreiben. Jetzt muss erst ein bisschen beten. So. Wir müssen hier Farbe dran. Weich. Komm mal. Dann haben wir noch ein bisschen mehr. Ich bin hier. Ich bin hier. Dankeschön! 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 Das ist meins. Und gleich noch mal! Dankeschön!